hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Folge nekropolis mit dem Sascha hallo ähm oh leu wie viele ja ja wir sind jetzt inzwischen schon relativ feil wir sind inzwischen in Level 3 möchte ich mal sagen also ich denke tatsächlich oh ist eine Küste ich denke tatsächlich dass es lang ist oh nein da ist wieder so ein Huhn drin Sascha was konntest du denn da mit dem Viech machen Rachenbauchflasche dieser Gegenstand äh und Tränke sind für alle Abenteurer die blö räusper tapfer genug sind achso oh mein Gott blö räusper tapfer wow wow Skrull alter Topnotch heute schon wieder ah nee ja die sind auf jeden Fall die äh Abenteurer tragen sich gerne äh tragen das halt gerne mit sich rum tatsächlich möchte ich mir da eins mitnehmen und zwar oder besser gesagt zwei mitnehmen ich glaube ne obwohl ich ne nur eins mit und zwar habe ich mir ein Rezept mitgenommen kannst du auch mal reingucken ja kann ich machen äh und zwar das Rezept für ähm ja wie heißt denn das nochmal stählerne Ration äh hier vor mir krabbelt so ein Viech wieder rum stehlerne Ration abenteuer tragen liegen ok nein was brauchst du denn für das Rezept kannst du das aber kurz nachgucken äh natürlich sofort Generation brauchst du zerfetztes Fleisch zerfetztes Fleisch zerfetztes Fleisch Metall und ätherisches Öl ok hast du schon Metalle? ich hab 10 Metalle du hast 10 Metalle aber könnte es vielleicht sogar Sinn machen nehmen wir es mal mit Trank der Vitalität Lapisprinus Trank des großen Jungs stell dir mal vor du wärst stärker und könntest deftige Schläge verteilen steck diese Idee in eine Flasche genau das hältst du in den Händen naja schauen wir mal BABAK äh bist doch so ein Hühnchen hä hallo also ich muss sagen die Combo leid ich hab fast keine Ausdauer mehr hier ist die Belichtung aber nicht so kalt oh leid hier unten ist ne zwei Viecher alles klar ist explodiert Sascha ja gönn dir achja ne ich muss erstmal wieder was snacken gleich ich hab aber auch nur noch 6 von diesen Fleischstücken gell genau ich hab 4 weißt du was du halt einfach mal sparsamer mit dem Zeug umgehen brauche ich halt Ausdauer hier für meine Armbrust ok ok ich brauche mal kurz vorsicht hinter dir ich hab ihn für dich gestunnt oh ja hast du für mich abgeschossen gestunnt hab Leute ich hab ihn tot easy kann ja nix da tut oh gott weg da das explodiert gleich wieder oder ne das riecht da nur stinkig das das die Viecher tropfen zum Beispiel Metall ganz auf die Viecher hier vorne schießen oh was waren da geradeaus liegen noch zwei Schick am Boden ne die sind ah doch kann ich passiert aber nix weil die tot sind ne sind sie nix sind sie nix die stehen auf ne sind sie nix sind sie nix die stehen auf oh fuck you sing ok ich treff's auch nicht dinker ich muss mal schnell snacken naja das füge ich jetzt auch easy ok damit hab ich nur noch äh vier Coilen Alter warum sind es hier so viele tot? oh mein Gott ich bin fast tot ich hab bist du der Wahnsinns alter was sagst du noch? Junge ich stehe direkt neben die Hütte du machst einen AOE angriff also wenn ich gegen die kämpfe verliere ich so viel Ausdauer das ist der Wahnsinns oh oh Leute ok ok hä warte was achso ehrlich gesagt hab ich so ein bisschen den Überblick verloren wo wir längst bist noch wo nicht ich glaub dafür ist die Abenteuerkreide die man sich hier ausrüsten kann aber komm mal zu mir hier ist ziemlich viel tot ja da vorne sieht es nach einem großen Dorf aus Dorf? ok boah Leute ich hab Sprengpulver eingesammelt nice oh ja tot sache das war's denn Sinn das war das ein großes Dorf da ist irgendein neuer Gegner pass auf irgendwas in der Schale drin naja ist das hol du da verdammt da kommen die äh Viecher an da kommen die äh Viecher an da kommt ein ja warte ich setz mal nen Hit drauf hier ist doch ok nice wir müssen dreimal ARK an alt jo na bitte 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 alles gut das ist ein Zauberer Leute da tipeezt sich einfach ich mach mir den Fernkampf weg er ist down der hat den Stab gedroppt ist das diesmal nen Zauberstab? hohohoho er ist ein Schlagstab da hinten ist übrigens noch so nen Ding zu kriegen auch wenn ich mach an ist der? ja Frank 2 ja nö muss sagen ich fand die Axt immer noch am geilsten aber die hab ich halt jetzt nicht mehr oh Leute Bombe der Typ da der mit freiem Oberkörper der sprengt sich in die Luft ohja der brennt sich an prinzipiell könnte ich dir die Axt noch droppen ich hab die jetzt ne ne passt schon wenn du meinst das wäre effektiver für dich im Mildi ne ne ich komm ich komm auf mein Ding schon klar also so ist es nicht aber sie war halt sie ist auch nicht effektiver denke ich sie hat nur ein anderes Hitsystem und zwar schlägt sie halt geradeaus zu und nicht so im Schwung oh oh dp ah Dirk von meine Fresse ok ist da ne ist er nicht das sackt er einfach zusammen fick dich Junge da ist auch ein Trank geblattet ein unbekannter Trank Rang 1 ok was hab ich denn noch dabei Inventar oh ich muss mal irgendwann wieder was snacken ich weiß nicht ob ich mir immer so einen Trank snacken sollte unbekannter Trank Rang 2 wow sehr interessant oh oh ja so einen hab ich auch ja ne ich auch unbekannter Trank für Rang 2 fühlt sich wie flüssiges Gummi an riecht nach Füßen kann man das Zeug trinken wer weiß das schon oh ich könnte auch das Arcane essen ne nevermind äh bei mir sind ja ich muss mich mal kurz ein bisschen hoch gehen ja alles gut ah ok ich weiß jetzt wie das ganze funktioniert glaube ich wenn deine Ausdauer wenn du deine Ausdauer leer machst machst du die damit kaputt ja ja hier unten sind noch so ein paar oh Leute hier sind ich hab das Gefühl dass die Viecher die also das Viecher das ich gerade spiele Melee einfach so über ist hä 2-hit einfach alles oh ich weiß vielleicht ist das gab es noch kein ordentliches Balancing oh Leute hier sind neue Schilder kann ich aber nicht oh Leute hier ist das Level zu Ende echt große Tür ja nice aber tatsächlich war das Level von den Credits hier gar nicht so ergiebig 834 582 also wer darf bezahlen na na jo weiß ich nicht mal gucken wie viel das geht das Ding nochmal jetzt als nächste krass das wäre cool wenn das die Ausdauerleiste diesmal erweitern würde das hat doch beides letztes Mal ja aber nur minimal die Ausdauerleiste oh oh jetzt wäre ich mal noch hier rüber gelaufen aber bestimmt diesmal 1000 oder 1500 ja ne ist richtig ja easy going da hättest du es einfach drauf gemacht du Ziganer ja das wirst du es auch nicht leisten können pst oh ich glaube ich kaufe erst mal wieder ein paar Tränke bis ich voll bin da äh Keulen mein ich ja ich esse jetzt erst mal eine Inventar voll ich kann nur 5 mitnehmen zur Zeit hab ich noch irgendwas interessantes mit was ich wegwerfen könnte auch nicht so wirklich nehm ich mit nehm ich mit ok Inventar voll ich kann 6 Stück mitnehmen und ich hab warte mal ich gönn mir noch einen und kauf mir noch eine wie kann ich noch mal ins Inventar gehen er geht auch ich kann halt die Hauptwaffe irgendwie nicht wegwerfen doch du musst sie auswählen und dann E drücken das hast du doch jetzt gerade gemacht ja tatsächlich jetzt hat es geklappt aber da kann ich sicherlich keine Keulen hinlegen ne das wird wohl nicht gehen ja dann direkt nach unten wa nach oben lohnt sich oder wollen wir noch nach oben gucken lohnt sich das ja komm da haben wir immer noch ein paar äh Steinchen mitnehmen können stimmt ich meine allein wegen der Steine lohnt sich's halt schon ja stimmt wenn du da irgendwie 100 oder so zusammen kriegst das ist halt echt schon mal nicht schlecht ja hast recht also ich muss schon sagen ich könnte das Spiel schon eine ganz schöne Weile lang zocken ja ja glaub ich hier ist irgendein fetter Mage diesmal abgebildet der sieht aus wie Wizardmon alter der was? Wizardmon aus Digimon wird aber auch der Wizard sein von ähm ähm ja 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 richtig FF7 können wir geben das jetzt ne ja komm mal wow pfff du hast Fall Damage und zwar Cooper Jumpen ok schau hast du Fall Damage gekriegt? ja minimal ja ok äh theoretisch kriegen wir jetzt neues Equipment gell? ja ja also du ich hab das Gefühl dass das Dreieck uns tot sehen will oder? wieso oh lol die Ambrose ist ja auch schon Rang 2 das wusste ich gar nicht wie viele Steinchen hast du? 6 ja ich hab 3 ja oh lol alter welchen Rang hat die? war ja aber auch nur hä wo ist meine andere Waffe hin? die ist der Zwischen im zweiten Slot jetzt hattest du doch frei ach stimmt alter aber find ich schade dass man zu Level Beginn nicht mal voll gehealt wird das wär doch cool ne das find ich gerecht ohhh bin ich gerechtfertigt warte alles klar aber das sind die einfache Mobs inzwischen ich hab trotzdem ja gut die hat wieder dasselbe System wie die andere Axt auch vorsicht da vorne ist wieder so ein feld wo du feststackst ja ja kannst du kannst du die spinne da vielleicht was da unten sind ein paar gegner ich überlege gerade ob es sich lohnt runter zu gehen nein nein das lohnt sich nicht das sehe ich zumindest nicht was ich kann auch noch ein paar gegner ja würde ich kommen ich kann die spinne noch nicht anvisieren hier ich bin drüber ich war zu zuschlagen da ist es wieder so eine der erste und zauberstab der hatten zauberstab getroffen das ist so ein explosiver der brennt ja noch und was bist du denn das ist wohl der in untot er war ich mache erst mal den caster weg muss man kurz abgang machen macht das du hast mich getötet das ist egal kann man sich den gegenseitig okay kann man das gut okay du kriegst du gar alles wieder was du hattest das ist sehr gut das war einfach immer noch was ein verfaultes fleisch oder das war beides ration nur ich war voll darum habe ich eine aufgenommen und eine weggeworfen willst du jetzt full-off fernkampf gehen nicht mit einem level eins der stab ach so der ist nur level 1 aber warte fack alter hatte sich voll schnell zu holi hier warum fokust du mich das ist der tank der will mir schon wieder eine merke der ist tot jungen was ist los mit dir wenn du einmal die attacke bei den hier war kram drin hier du kannst mit diesen häufchen hier herum agieren aua die aua hast du gerade wirklich aua gesagt und schießt erst mal ab hier hey hier geblieben oh doll alles klar war gewollt was ist das eine wahrlich magische schriftrolle dank 2 magisch nehme ich mal oder ja nimm ruhig reichlich während meiner studie lernte ich dass das amulett von siu ein schlüssel ist aber ein schlüssel wofür er glaubst du man kann in das in das ding reingehen dann später in das dreieck vielleicht dass es dafür ein schlüssel ist tja möglich ist es aber hier schon wieder ja das war schon ganz schön crazy wenn ich ehrlich bin was hast du jetzt schon wieder gemacht was hast du mir für totenköpfe da entgegen geschickt jetzt ist ja wo ging es denn jetzt weiter ach so hier geht es nix ok weil ich gesagt keine ahnung ja doch im kampf aber rechts abgebogen jetzt müssen wir dann hier längs ich versuche die fokus zu ziehen wenn ich ihn treffen würde nein du rennst mir auch jedes mal in die schussbahn ey wenn ich auf die schießen will da kommt ne skelettspinne ich muss mal was essen ich bin jetzt echt langsam wird es mir auch ein bisschen weh das gegner design gefällt mir aber auch in dem spiel ja natürlich durch meine eisding warum ist hier hinten schon was tot ja pass auf nicht dass das wieder so eine falle ist oder so hier ist noch mal ein arkana was ist das für ein dickes schwert hier ja warte ich mache den ganz ordentlichen schaden ok vielleicht haben die sich auch gerade gegenseitig ordentlich schaden gemacht also pass auf sascha ja also hey bei mir wird es dunkel sascha wie hebe ich dich auf mit e drücken und der trank und hatte noch eine schriftrolle gedroppt warte ich mag schrift es gibt von den dreiecke gibt es als explosive dreieckige was los ich habe jetzt gerade mal so ein arcanes essen reingedrückt weil ich zwei davon hatte das hielt ich komplett echt ja ich muss halt jetzt ich bin halt jetzt drei viertel live aber das reicht auch erst mal das ist eine kiste ach guck mal wir sollen sogar arcanes essen in diesem level verzehren das war meine antwort diese folge oder oder war das deine ne das war deine pass auf das explodiert holy shit ich weiß tatsächlich nicht woran man sehen kann ob die explodieren oder nicht die sind beide identisch aus aber ich glaube die einen laufen halt von dir weg und die anderen laufen halt zu dir hin will sister starb ja nö achso stimmt ja liebe leute vielen vielen dank für deine aufmerksamkeit eure aufmerksamkeit natürlich sascha schön dass du mit dabei warst guck auf jeden fall auch beim sascha vorbei dann hätte ich mir gesagt hau rein bis zum nächsten mal dann tschau tschau